Wie geht es? Habt ihr das? Wie? Was? Ach, Scheiße. Ich hab' den Scheißkiesel wieder wieder. Bisschen. Ach! Oh, häng' das leise. Bisschen. Ich hab' nur schwer Kraft. Wie? Ich schaue dich statt einfach so halten. Ja. Ja, wieder scheiß kieselig Abzug. Kieselig stehe. Ihhh, scheiß. Was habe ich denn da? Aber wir wissen nicht, wie das alles weich aussieht. So rum. Das waren die Steine. Wenn die Bulle einen irgendwie sehen und die kommen da irgendwie... Es ist leid. Ja? Hey. Mal sagen, was du sagst. Ja. Mal gucken, wie das aussieht. Wirklich alles kaputt. Boah. Also kann man da jetzt... Bitteschön. Irgendwie durchgehen, ne? Oder... Jetzt müssen wir höllisch aufpassen wegen dir. Wegen hier. Geh doch lieber da rein. Da drüber. Umso länger du wartest, umso mehr können wir erwischt werden. Mal so. Alter, Walter. Oh. Cool! Bitteschön. He? Ach. Aber... Beide. Aber so funktioniert. So, willkommen in euer ersten Lost Place. So, ihr könnt gerne ein paar Likes da lassen. Da gehen wir auch gleich hin. Ich geh mal ein Stock höher. Diese Vandalen immer hier. Mann, oh Mann, ey, diese Respektlosen. Da geht's sogar in den Keller. Sollen wir in den Keller? Tschüss. Hallo, ist jemand? Ich erkunde nur den Ort. Du liebe Zeit. Wahnsinn. Da steht schon das Wasser innen drin. Alter, wie riesig ist denn das hier? Ach, Staubsauger. Keine Ahnung was das ist. Hi. Ich zeig dir mal was. Bist du da? Hast du gesehen, wie riesig das hier ist? Mein lieber Mann, ey. Da steht sogar eine Bierflasche, äh Bierdose. Ich zeig dir mal was. Der Maschinenraum steht sogar unter Wasser. Das ist geil. Das muss mehrere Jahre verlassen sein. Das muss mehrere Jahre verlassen sein. Das muss mehrere Jahre verlassen sein. Hier sieht man ein paar Motoren. und das finde ich so spannend an los place du hast nie was du findest eigentlich sind wir auf dem display und das mal live jetzt waren wir unten im keller jetzt gehen wir ein stock höher ist das ist auch gegangen ist das ein geist polizei das ist heftig und wie geht es euch leute Das freut mich. Das freut mich. Da drin sind Toiletten. Ich glaube nicht, dass ihr die sehen wollt. Gehst du auch unten in den Keller? Na, Meiko? Gehst du auch unten in den Keller? Ja, kannst du nicht reden. Keiner beißt dich. Ja, mir geht es soweit auch ganz gut. Ja, es geht da unten in den Keller. Da ist die Taschenlampe. Ja, ich geh mit. Na, jetzt macht er noch. Guck. Toll, jetzt hat er es. Ich dachte schon. Halt mal. Hä? Hä? Jetzt gehen wir wieder mit den lieben, lieben Kollegen. Runter. Das war gerade ein Zug, der langsam vorbeigefahren ist. Tschüss, ne? Komm. Komm mit. Ach, du musst ja vor. Du hast ja die Taschenlampe. Wir sind bei einer verlassenen Busbahnhof der Stadtwerke. Da drin ist alles geflutet. Das ist das Spannende an ein Lost Place. Du weißt nie, was du findest. Da kann man auch raus. Und da kann man auch raus. Mann, immer diese Vandalen. Hä? Wo kommt man denn da raus? Ach so, am Nebengebäude. Da. Da. Weiß ich nicht. Will ich auch nicht ausprobieren. Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass du da runterfällst. Jetzt gehen wir ins Gebäude rein. Ins Gebäude da hinten. Wow. Ja, wenn sie mit ins Gebäude kann. Ja, wenn sie mit ins Gebäude sind. Wenn ihr irgendwelche Koordinaten wisst, dann sagt es mal. Schreibt es unten rein. So ein verlassener Schloss wäre geil. Mit seiner richtigen, gruseligen Atmosphäre. Das ist cool. Das sieht ja gespenstig aus, ey. Sag ich doch. Und bereut ihr das? Bereut ihr das? Nein. Merkst du was? Ich sag aber. Sei froh, dass da keine Luft in den Reifen ist. Wenn jemand fragt, du bist einfach sterbenskrank, du wolltest einfach mit deinem Idol Anjax mal auf Lost Place fertig. Es ist schrecklich, dass sie überhaupt auch randalieren. Ja, das wäre echt geil, so ein altes, verlassenes Schloss. Ich kann euch zwar kein Schloss anbieten, aber ich kann euch hier ein Haus anbieten. Wer bietet mehr? Will jemand von euch noch tanken? Super oder Benzin oder Diesel? Will jemand von euch Diesel? Na? Okay. Pizza fungic, buongiorno. Yes, it's now, ey. Schrecklich, ey, schrecklich. Was ist denn ein Raum? Was meinst du? Nein, ich sag das nicht. Ich gebe nichts bekannt. Ein Stuhl. Nein. Da steht. Jetzt muss ich aufpassen, dass da nichts ist, was gesperrt werden kann. Gut. Machst du jetzt ein GEMA-Zimmer draus, hä? Toiletten. Da unten war so ein, keine Ahnung, was für ein Raum. Hallo, ihr könnt gerne ein paar Herzen da lassen. Geil, oder? Boah, dieser Stuhl, ey. Und da geht's wieder ab in den Keller. Wo ist die Taschlamp? Wir gehen jetzt in den Keller erst mal. Hier, 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 hier ist das gruselig, ey. Ja, ja, ich komme hier so. HALTAR! Da, 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 da ist alles kaputt. Tausende Wuttele. Uff! Joll! Boah! Und viele Strobsachen. Alles rausreißen. So, wie, in den국en. Da, da, ich komme hoch. Ich komme jederzeit hoch. Und, danke, und hier, durch die Türen, das ist aus dem zweiten Weltkrieg, die Tür. Das ist noch ein Altbau hier, oder was? Gucken wir mal, was da auf der anderen Seite ist. Alter Stromkast. Hier sieht das aus wie ein Verlies. Ja, ich wünsche euch einen guten Appetit. Und so, die Ecke. Das komplette Video kommt dann in YouTube. Ich gehe noch mal mit meiner 4K-Kamera hier runter und mache die ganzen Filmen, Aufnahmen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ja. Komm mal, du, Arf, ich... So, ob jetzt da rein, gehst du wieder los und so? Ja, ja, wir gehen noch komplett auf. Ja. Wow. Jetzt die Ecke. So. So. Du kannst doch hier mal, wo das Rausche steht, hier, wie geht doch auch nicht. Und da, wo er hin, aber... Und dann, wo das Rausche ist, da, zeigst du den Huchstil, kannst du... Hoch! Hier hoch! Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durchkrachen. Also, geh mal bitte weiter hoch. Wo er stabiler wird. Weil, guckt euch mal an, wie gefährlich das... Ja. ... ist. Jöi, 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 jöi... Wir können gerne ein paar Likes da lassen. Da muss man aufpassen, dass man oben heimtretet. Ich würde gerne mal wissen, wie lange das schon verlassen ist. Schlimmer ist die Treppe hier. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Das ist Asbest hier. Hier muss aber ein ganz schöner heftiger Brand gewesen sein. Hier muss es am besondersten gebrannt haben. Alles verkohlt. Du liebe Zeit. Alles verkohlt, verbrannt. Komm, lass mal ein paar Likes da und ein paar Blumen oder so. Es ist sehr gefährlich, hier oben zu sein. Lass es lieber Experten rein. Ja, Experten. Das ist viel besser. Oder guckt meine Videos. Oder guckt meine Videos. Oder guckt meine Videos. Oder guckt meine Videos. Also guckt meine Videos. Also guckt meine Videos. Ja, das frage ich mich auch mittlerweile. Darum werden auch keine Standorte freigegeben. Ja. Oh, naja. So lange hätte ich vergasen. Ja. So, das war's. Da haben wir einen Raum drin vergessen. Ja, haben wir. Okay. Das war das Herzstück hier. Ui. Ja, das ist ja auch so. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Das war's. Oh, das darf ich zum Beispiel nicht zeigen, was hier drauf ist. Dann werde ich gleich gesperrt. Ja. So, was machen wir jetzt da gleich du? Alter. Ja. Da chillen einfach zwei Tauben auf dem Loch. Oh. 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 reativität Will jemand von euch einen Diesel holen? Ja, aber Diesel holen, dann geht es mal was zu Trinken holen. Wo er live mit allem zu schauen, dann tut's hier irgendwas. Aber der Leiter war zu, wo der... Nee, das ist so, 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 so. Wie gesagt, tschau. Wir sind ja dann von oben gekommen. Achso. Wir sind... Ja. Okay, da gehen, da gehen... Da gehen, da gehen, da gehen, die Leiten sich mal was zu Trinken holen, fett sich drin, oder inzwischen essen, aber so ohne Essen und Trinken kann man dem Leiten so was nicht zugute. Das ist zu schlimm. Ja, und genau so schlimm ist es, dass ich nicht in jedes Lost Place live gehen kann. Alter, das ist ja auch saugefährlich, ne? Ja. Das hängt ja einfach da rum. Ja. Wenn das runterfällt. Ja. Dann Mahlzeit. Also gehen wir mal da außen rum. Und? Geht's deinen Füßen besser? Alter. Genau. Komm, beobachten, oder sich die Lokalität angucken. Das ist eigentlich wo wir die allerlei Flüge und die Flüge machen. Die sich so viel zu dir lassen. Die waren jetzt glaube ich nie wieder. Und Sarah, die bewegen dir. Die Hände, die kennen das gar nicht sein. Waren wir doch schon da. War wir doch schon da. Sie war noch nicht. Sie war noch nicht da drin. Erfüll dir doch den letzten Wunsch meiner Fans. Als meiner Fan hier. Das war hier. Überraschen Sie mal. Ich sag's euch. Macht das daheim bloß nicht nach, ey. Bitte nicht nachmachen. Außer ihr seid so lebensmüde wie ich. Da nehme ich keine Verantwortung. Aber wenn ihr so Orte besucht, dann bitte mit Respekt. Immer mit Respekt. Keine Zurufe noch. Wie nennt man das KAF? Ich kann das nicht ausbrechen. Lost Place? Nee, KAFZ Ding. KFZ, Mechatronika. Mechatronika. Ja. War das die Fahrrad? Nee, das war der alte Bus. Das war die alte Stadtwerke von Ludwigshafen. Ja? Mhm. Boah. Soll ich mal zu klopfen. Ja, jetzt war die Bühne. Ja, die solche Orte nicht respektieren. Ja. Ja, die solche Orte nicht respektieren. Ja. Ich würde mal sagen, dass wir irgendwo trinken gehen. Weil so weiter kann man den Leuten auch nicht zumuten. Und etwas zu trinken holen. Und es bleibt kein Essen. Das ist okay. Waren wir jetzt in allen Gebäuden? Ja, ne? Ja. Wir hätten alle geworfen. Tassen und Zeich, die Kino und Zeich kaputt sind. Mit Kino und Motiven. Unzumutbar. Ist es auch. Und da geraten Urplexer, so wie ich und andere, noch in schlechtes Licht. Nur weil sie solche Orte besuchen wollen. Ja. Nur zum angucken. Ja. Wollt es eigentlich sehr interessant war. Und es ist sehr spannend. Es hat sehr spannend gemacht. Das sag ich doch. Und wir tun uns leider nichts zumuten. Nächstes Mal übernachten wir in so ein Lost Place. Wie wärs denn, Leute? Aber dann brauchen wir für die Sarah noch was für die Füße. So einen Heizstrahler oder so. Warum hast du die nicht gleich angezogen? Und was ist da drin? Nein, da wo zu ist. Ich komm gleich. Und dann gehen wir in der Zeit. Oder mal. Wir sind in der Zeit. Wir sehen hier an die Zeit. Und dann gehen wir weiter. Wir sehen, wenn der Самlle ist. So eine Zeit. Äh, der Stein, der Stein. Und dann gehen wir einfach hin. Und wir sehen uns bei. Entweder die zwei. Und dann fahren wir diesenwandern. Und wir sehen uns bei dir das an. wohl auch was drin gewesen zu sein. Taube! Cousin! Haut er wieder ab. Achso, das ist einfach nur so eine Halle. Lass mal ein paar Likes da, Leute. Ich zeig wenigstens was Interessantes und schminkt mich nicht und mach immer nur dasselbe. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Sehr gerne. Außer, dass ich nicht rein kann. Bis zum nächsten Mal. Auch, dass ich nicht rein kann, mir hat Spaß gemacht. Ja. Sehr vorsichtig sind wir für sie gewesen. Und ich hab mein Idol mal live getroffen. Oh, wie schön. Wenn ihr auch das wollt, dann schreibt es in den Kommentaren am besten in den nächsten. Aber sehr vorsichtig sein und immer schön auf das hören, was Arnie jetzt sagt. Jep. Die haben einiges hier gemacht, was falsch war. Ja. 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 Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.